Bist du einer dieser Menschen, die immer alles kontrollieren müssen, damit es auch ja gut wird? Was, wenn die Lösung dafür nicht Kontrolle ist, sondern Vertrauen? Lass uns darüber sprechen, wie Vertrauen dich durch dein Leben tragen kann, auch wenn du Unsicherheit im Außen hast. Mein Name ist Anni, ich bin ein spiritueller Coach für Ausrichtung und ich unterstütze Menschen darin, ihre Bestimmung nicht nur zu finden, sondern auch zu leben. Und Vertrauen ist ein wichtiger Schlüssel dafür. Vertrauen ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Warum ist das also wichtig für dich? Wenn du mehr vertraust in deinem Leben, wirst du mehr Möglichkeiten wahrnehmen. Du wirst mehr Dinge hören, mehr Impulse bekommen, mehr Synchronicitäten tauchen auf in deinem Leben. Wenn du alles immer kaputt strukturierst und es muss genau so sein und nur so, dann wird das zu einem unerfüllten, unzufriedenen Leben führen. Wenn du vertraust, dann hast du so eine innere Sicherheit. Alles wird gut. Ich muss nicht so hektisch alles planen. Alles wird gut, so wie es ist. Du wirst mutigere Entscheidungen im Job fällen, weil du einfach so ruhig und gelassen bist, was natürlich auch einen Einfluss auf deine Gesundheit hat. Du bist nicht mehr so gestresst und viel entspannter. Deine Beziehungen, wenn du immer vertraust, werden so viel liebevoller und tiefer. Und stell dir nur mal vor, alle Menschen würden mehr Vertrauen in das Leben haben, was für eine Gesellschaft wir hätten, mit sehr viel mehr Verbundenheit. Du siehst, Vertrauen ist ein Schlüsselelement. Nicht nur für ein spirituelles Leben, sondern für ein erfülltes Leben. Das Vertrauen in dich, in dein Leben und vor allen Dingen in deine Entscheidungen. Und warum weiß ich das so gut? Weil ich nach Kanada ausgewandert bin. Zu einem Mann, den ich nur online kannte. David und ich, wir haben uns bei einer Tony Robbins Schulung kennengelernt. Und in der Zeit war gerade Lockdown. Das heißt, ich konnte nicht nach Kanada fliegen, er konnte nicht nach Deutschland fliegen. Und als die Grenzen sich öffneten, haben wir eine schnelle Herzensentscheidung getroffen. Ich bin nach Kanada ausgewandert und zu ihm gezogen, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Da war kein Plan, da war keine Sicherheit. Da war einfach nur Vertrauen, Schritt für Schritt weiter zu gehen. Heute sind wir verheiratet und ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben. War das einfach? Nein. Da war sehr viel Angst. Angst hängt immer mit Vertrauen zusammen. Vertrauen bedeutet, dass du etwas machst, obwohl du Angst hast. Dass du mutig bist, obwohl du nicht genau weißt, was auf dich zukommt. Das ist Vertrauen. Das Leben ist für mich. Bei mir hat sich das zu 100% gelohnt. Also lass uns schauen. Ich habe dir 5 Tipps mitgebracht, wie du mehr Vertrauen in dein Leben integrieren kannst. Tipp Nummer 1 ist, lass die Kontrolle los. Hör auf, immer alles kontrollieren zu wollen. Kontrolle hält Möglichkeiten regelrecht von dir fern. Wenn du immer alles kontrollierst, dann bist du nicht offen, sondern du bist komplett geschlossen, fokussiert auf das, was du gerne möchtest. Mein Tipp Nummer 2 ist, dass du mehr lernst, auf deine Intuition zu hören. Deine Intuition kennt immer den Weg. Das ist die Sprache deiner Seele und es ist so wichtig, dass du zuhörst. Das kannst du in der Stille tun, indem du meditierst, indem du journalst. Such doch mal Beweise in deinem Leben, dass Vertrauen dir bisher Positives gebracht hat. Das ist Tipp Nummer 3. Wechsel die Perspektive. Denk nicht immer solche Sachen wie, da habe ich blindlings vertraut und bin so richtig auf die Nase gefallen. Nein. Wo hat Vertrauen dir etwas Gutes in deinem Leben gebracht? Tipp Nummer 4 ist, mach deine Schritte kleiner, damit du immer die Impulse hörst, damit du immer die Möglichkeiten siehst, damit du immer wieder auf deine Intuition hören kannst. Große Schritte sind genauso wie Struktur und Kontrolle. Mach deine Schritte ganz klein und höre, was da kommt. Und mein letzter Tipp ist, benutze Affirmationen, die zum Vertrauen passen. Zum Beispiel, ich vertraue dem Leben. Alles kommt immer im richtigen Moment. Das Leben ist für mich. Das sind meine 5 Tipps. Was kannst du also machen jetzt mit diesen Tipps? Fang an damit, dass du die Kontrolle ein wenig loslässt. Gib ab. Lass es ein wenig sitzen. Warte drauf, dass das Richtige zu dir kommt. Und was machst du besser nicht? Warte bitte nicht, bis du glaubst, du hast genug Vertrauen. Vertrauen entsteht unterwegs, entsteht auf dem Weg. Das ist nicht etwas, was du erst nochmal lernst und perfektionierst. Und Achtung, ein ganz großer Fehler ist, dass Menschen glauben, Vertrauen ist Passivität. Und das ist nicht richtig. Beim Vertrauen geht es darum, mutige Entscheidungen zu fällen und darauf zu vertrauen, dass man die richtige Entscheidung gefällt hat. Du siehst, es gibt viel zu tun. Worüber haben wir gesprochen in diesem Video? Vertrauen ist die Brücke zwischen Angst und Mut. Es gibt 5 Möglichkeiten, die ich dir mitgebracht habe, wie du mehr Vertrauen in deinem Leben haben kannst. Du kannst damit anfangen, die Kontrolle loszulassen, auf deine Intuition zu hören, Beweise zu sammeln, die Perspektive zu wechseln, dass Vertrauen dir etwas Gutes tut. Du kannst die Schritte kleiner machen und Affirmationen verwenden. Und Melanie hat mit mir gearbeitet, als sie ein neues Jobangebot hatte und sie nicht wusste, wie sie sich entscheiden sollte und sie irgendwie feststeckte in einem Job, den sie nicht mochte, sich aber nicht traute, den neuen Job zu nehmen. Wir haben viel mit Affirmationen geübt. Und das hat sie letztendlich in den neuen Job gebracht und sie ist so froh, da zu sein. Sie hat vertraut, dass alles gut wird, obwohl sie so viele Vorurteile hatte, was alles schief gehen konnte. Sie haben Beweise gefunden dafür, was gut gehen kann. Wenn du gerne mehr Vertrauen in deinem Leben haben möchtest und Dankbarkeit und Fülle, drei Begriffe, die sehr eng miteinander zusammenhängen, dann komm bitte in meinen bewussten Adventskalender. Wir sind in der dritten Ausgabe und schon über 10.000 Menschen haben mit Dankbarkeit in der Adventszeit geübt, mehr Vertrauen und Fülle in ihr Leben zu holen. Den Link findest du irgendwie hier unten. Du kannst dich eintragen. Los geht's am 1. Dezember. Und wenn du jetzt noch dran bist, feiere ich dich dafür, dass du für dich losgehst, für dein Leben losgehst, dass du an dir arbeitest und mit uns allen gemeinsam das Bewusstsein in der Gesellschaft anhebst. Ich sage immer gern, deine Liebe verändert die Welt, weil sie erst deine Welt verändert und dann nach außen strahlt. Ich schicke dir ganz viel Liebe über den Ozean, deine Anni.